Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim. Heute mal wieder eine Folge ohne Darko. Ich bin immer noch in der Ebene unterwegs und ich sehe jetzt hier so eine kleine Best. Ich habe schon einen von diesen Viechern und noch einen Lurk zwischen den zwei Folgen umgehauen. Und ich sehe jetzt hier so eine kleine Goblin Base und ich bin gerade am überlegen, ob ich da nicht mal reingehe. Weil es würde sich bestimmt lohnen. Bis jetzt läuft ja alles gut. Au. Okay, es lief gut. Geil. Geil. Ja. Okay. Scheiße. Oh Mann. Was habe ich da bloß gerade gemacht? Ich brauche auf jeden Fall mein erstes Vorsturzmittel. Hier was zu futtern. Hier was zu futtern. Und hier. Äh, das war Gegengift. Mittlere Ausdauer. Und das werden wir brauchen. Äh, eine Waffe nehme ich nicht mit, da ich ja weiß, wo ich hin muss. Ich habe halt nicht gesehen, dass der gleich so viel Damage gemacht hat. Das muss ich natürlich mit dem zweiten Boot dahin pümmeln. Ähm, das war genau in diese Richtung. Das Boot log in diese Richtung. Ja, dann wird es jetzt eine kleine Bergungsaktion. Aber gut, an mein Loot komme ich ja ruckzuck ran. Das sollte nicht das Problem sein. Nur das Ausrüsten dann. Ja. Beziehungsweise erst mal wegrennen und das Boot irgendwo parken. Ohne, dass ich angegriffen werde. Das wird das nächste Problem. Dann raue ich erst mal einen Schluck Kaffee. Und ich habe natürlich Gegenwinter. Das ist genauso bescheiden. Da bin ich gestorben. Da steht das erste Boot. Da fahre ich mit dem Boot hin. Da ist Dunkelwald. Genau. Ich muss mir nur die Boote markieren. Beziehungsweise ich muss sowieso mit einem zurück. Und dann werde ich im Dunkelwald eventuell so weit fahren, dass ich dort noch ein Portal setzen kann. Ich lasse alles im Boot. Fahre mit einem Boot zurück. Mach das Portal kaputt. Fahre dahin. Setzt neues Portal. Passt. So, jetzt bitte ohne Seeschlange, wenn es geht. Das wäre jetzt nicht so schön. Fahren. Fahren genau auf den Todespunkt. Das ist nice. Gegessen hatte ich erst. Genau. Das war... Das ist Ausdauer und das war Leben. Okay. Muss ich mir merken. 7 Ausdauer, 8 Leben. Boah. Ich habe so ein mulmiges Gefühl, dass die Seeschlange gleich auftaucht. Ah. Ich hoffe ja mal nicht. Auf jeden Fall, da ist der Bau, wo wir gestorben sind. Okay. Ui. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Auch da ist jetzt noch so ein Loks. Oder Luchs. Oder Lurk. Der hat auf jeden Fall einen Stern, der Goblin. Also der hat schon ein bisschen Power hinter seinem Schlag. Komm, dreh dich noch ein Stück, dann können wir hier ins Ufer fahren. Genau. So, bleib stehen. Jetzt. Ich sehe auf jeden Fall... Sehe ich da meinen Grab? Ja. Und der Typ, sie pümmelt hier irgendwo noch rum. Ähm. Holz brauche ich nicht. Ähm. Hier, das brauchen wir auch erst einmal nicht. Pfeile. Scheiße. Hier, das Fleisch brauchen wir auch erst einmal nicht. So, ausrüsten. Kann es sein, dass da drinnen ein Spawner ist? Kann das zufälligerweise sein? Alter. Komm her. So. So. Oh, nice. Der ist ja so gut wie down. Alter. Scheiße. Nice. Der war down. Ach so. Shit. Äh. Boot. War da. Ich höre auf jeden Fall noch ein. Okay. 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 Hier ist irgend... Oh, ach du Heimatland. Äh. Ich muss mal hier ranzcrollen. Was? Äh. Was ist denn das hier? Gib mal her. Lol. Okay. Der hat keinen Stern, aber eine Fackel. Gibt es hier einen Schatz... Ach, da sind gleich zwei hier drin. Scheiße. Ei, die machen gut Damage. Die machen gut Damage. Oh, wird safe. Leckt gleich wieder. Alter, die Dem da oben einfach mal ist es auseinander. Oh, genau jetzt. Wieso habe ich die Axt ausgerüstet? Alles klar. Hey! Alles klar. Komm! Hau doch mal den Zwerg! Okay. Ich spiele hier halt gerade schon wieder eiskalt mit meinem Leben. Ich will aber da hoch. Ich will gucken, ob hier eine Kiste ist. Ja. Hier ist eine Kiste! Hier ist eine Kiste! Okay. Das Ding hätten wir dann wohl gelootet, würde ich sagen. Gibt das irgendein bestimmtes Holz? Nö. Gibt nur stinknormales Holz. Oh ne! Ich höre doch schon wieder! Ähm! Und tschüss! Ähm! Ach ne! Ich dachte, das wäre ein Riesenviech! Aber nur ein Moskito am Baum! Holy shit! Ich kriege schon Paranoia in dem Spiel! Scheiße! Scheiße! Die stehen viel zu nah am Boot! Ähm! Kanalisiert die uralten Kräfte! Jagloots! Okay! Die stehen mir viel zu nah am Boot! Das ist nicht gesund! Und... Ja komm! Ich muss euch erst bekämpfen! Was für mich schwer ist! Vorher kann ich nicht aufs Boot! Alter! Die haben mich... Der hat mich halt gesehen! Der hat mich halt eiskalt gesehen! Stopp mal! Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Hier am Rand weiterfahren! Lol! Das sehe ich ja jetzt erst! Wir hätten hier wirklich locker easy rum! Alles klar! Ich komme nämlich nicht durchs Portal mit dem Schwarzeisner! Ja! Dann setze ich jetzt hier einen kurzen Cut! Und wir sehen uns, wenn ich zu Hause angekommen bin! So! Da sind wir zurück nach dem kurzen Cut! Und ich wollte euch halt nicht vorenthalten, was ich hier gerade gefunden habe! Denn ich bin hier so ein bisschen lang gefahren! Wollte gucken, ob es hier halt weiter geht! Und... 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 Da habe ich hier so einen kleinen Stein... Pinöpel gefunden, ne? Boot! Bleibst du bitte stehen! Danke! Und da hat irgendwas drauf! Hier ist irgendwas drauf! Das wollen wir uns mal angucken, ne? Hab ich ziel... Noch irgendwas! Alles klar! Kann man das abbauen? Loll! Häh! Was? Äh... Ich muss ganz kurz was futtern! Der Splitter eines Krustentierpanzers! Loll! Loll! Ist gut, beruhig dich! Loll! Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall was Neues. Und das gefällt mir. Hier gibt es also ein neues Tier, was... Ähm, irgendwie irgendwo immer wieder mal auftaucht, wo wir das Zeug abfarmen können. Ja, da freue ich mich schon drauf. Gut, dann setze ich jetzt einen kurzen Kahn. Und jetzt geht es auf den direkten Weg nach Hause. So, da sind wir zurück in der Heimat. Jetzt muss ich schon noch das Boot perfekt einparken. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was uns das neue Zeug alles gebracht hat. Na, bleib stehen. So, stehen bleiben. Du sollst stehen bleiben. Jetzt. So, so. Aber jetzt erst muss ich mal meine ganze Ausrüstung wieder hier reparieren. Mann, das ist ja... Und so. Ist ganz schön in die Mitteleidenschaft gezogen worden, ne? Okay, wir haben jetzt den Pelz. Und wir haben ja hier dieses Schittin. Abge-Seal-Klinge. Abge-Seal-Klinge. Okay. Das ist auf jeden Fall neu. Na, Hapune! Wir können... Boah, geil. Wir können damit die... Die Seeschlange. Lokis Tochter. Sohn. Keine Ahnung, ob das Männchen oder Weibchen ist. Ähm, beschwören. Ach, nicht beschwören. Einfangen. Geil! Aber sonst gibt uns das nichts weiter. Bis auf, dass wir eben die Hapune jetzt machen können. Wo haben wir denn das Schwarzmetall hier? Ähm... Hirsch kommt dort hin. Das dort. Dann hauen wir das dort mit hin. Das Essen kommt alles hier rüber. Und apropos Essen. Wenn man schon mal dabei ist. No? Wir haben ja neues Fleisch. Kann man das irgendwo verwenden? Natürlich nicht. Wow. Ach, da ist noch eine leere Kiste. Hauen wir es dort rein. So, die uralten Samen waren hier. Diese Berries waren hier. So, ein paar Würstel kann ich wieder zurücklegen. Aber da weiß ich doch, was noch passieren wird. Wir werden auf jeden Fall, oder ich werde auf jeden Fall nochmal nach solchen Inseln ausschauen, ne? Und gucken, dass wir da gutes Zeug noch rausbekommen. Da können wir uns jetzt den Sperr machen. Da können wir uns jetzt den Sperr machen und können uns an die Hydra wagen. Geil. Geil. So muss es sein. So muss es sein. Das war wieder gesund damit. Das war wieder gesund damit. Was ist das? Was ist das? Hier haben wir auch nochmal sehr gesund. Aber warum habe ich das hier so krass aufgeteilt? Können wir das mal erklären? Sehr gesund. Sehr gesund. Sehr gesund. Schrift. Da oben war nur Essen und köstlicher Mehl. Okay, dann kommt hier gesund und hier große Ausdauer. Okay. Okay. Ja. Kann man so machen. Ähm, die können da erst einmal rein. Was haben wir hier? Feuerstein, Bronze, Eisen. Ähm, ansonsten 7. Kann ich mit dem neuen Erz auch hier irgendwas bauen? Ne, scheint leider nicht so. Ne, geht leider nicht. Kann man nix machen. Schade eigentlich. Aber ich hätte gern hier das da. Ebenholz und Eisennägel. Ich möchte gern diese kleine Statuette aufhängen. Ebenholz und Nägel. Ebenholz. 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 Dorthin. Ebenholz. Ebenholzin. Ebenholz. Ebenholz. Äh, so. Ey, geh auf die Acht. So. Hahaha, sieht das... Ah, ja. Ich sag mal nix dazu. Ähm, hier und da rein. Wie sieht's holztechnisch aus? Haben wir noch alles. Eisentechnisch haben wir noch fünf. Wird mir wieder Zeit zum Farmen. Ähm, Frostschutzmittel brauche ich noch im Gepäck. So. Mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Ähm, ja. Was wir da machen. Ich denke mal, wir brauchen ja noch ein Drachenei. Wir haben hier einen fetten Schneeberg. Wir haben hier einen. Wir haben dort noch einen, der nicht erkundet ist. Auf dem waren wir schon. Und hier haben wir ja auch noch mal einen fetten Schneeberg. Schneeberg. Ja. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch gönnen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.